Heute gibt es City Escape! Muss ich dazu noch mehr sagen? Eigentlich nicht. Es ist eine der beliebtesten Zonen überhaupt im Sonic-Universum, stammt von Sonic Adventure 2 und Sonic Adventure 2 Battle und der klassische Sonic wird beginnen, das Level mal in 2D zu erleben. Haha! Im Park beginnt das Ganze und ich mag den Soundtrack so sehr, diesen Remix-Soundtrack vom klassischen Sonic hier in City Escape. Mehr als das Original. Wunderbar. Also City Escape in Sonic Adventure 2 Battle kann ich ja auch im Schlaf. Das hier jetzt nicht, aber das Original kann ich im Schlaf. Die ganzen Roboter aus Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2 ist echt was Besonderes. So, und da unten schöne Easter Eggs, können wir uns mal näher beleuchten. Wanted, Be the Dynamite und Bark the Polarbeer. Und hier rechts Snack the Weasel, aka, ich kann es gerade noch so lesen. Ja, das waren Kämpfer, oder die beiden hier unten waren Kämpfer in Sonic the Fighters. In den USA heißt es Sonic Championship. Ihr wisst schon, dieses Beat'em Up habe ich auch mal im Letztest gebracht. Und, äh, Neck the Weasel oder Fang heißt der doch eigentlich. Deswegen steht auch beides da. Ja, Neck the Weasel und Fang the Sniper. Genau. Den gab es in Sonic Triple Trouble. Auch das gab es im Letztest. Ah. Vergessene Videospielcharaktere, die bedacht werden. Das ist wunderbar. Na, ihr Lappen. So, Ciao in Space 2. Perfect Chaos Strikes Back. Wie nice. In der Speed Highway Zone gab es noch Ciao in Space. Und jetzt Ciao in Space 2. Ich gucke mich hier in Ruhe um, weil es echt geil ist. Rührt zu Tränen. Ja, ich verbinde mit Sonic Adventure 2 auch vieles. Komm ich denn da hinten an den roten Ring, verdammte Axt. Wunderbarer Soundtrack. Da gibt es so ein Video auf YouTube, das hat gar nicht mal viele Klicks. Das schaue ich mir gerne an. Da hat jemand eigentlich irgendwie die besten Szenen von Sonic Ever zusammengestellt. Ist das hier unten vielleicht was? Ne. Nachdem er es zerstört hat. Ich gucke hier nochmal. Ah, die besten Szenen von Sonic Ever zusammengestellt mit diesem Soundtrack. Und ich feiere das halt. Eines der besten Videos auf YouTube für mich. Kurioserweise. Kann ich jetzt gar nicht nennen, um was es geht. Wenn ich es nicht vergesse, dann schreibe ich es in die Kommentare. Ähm, in die Videobeschreibung. Also, wenn ich es vergessen habe, in der Videobeschreibung nichts steht, dann haut mich nochmal an. Da habe ich es einfach mit der Zeit vergessen. Und, ja. Dann schreibe ich es in die Videobeschreibung, damit ihr wisst, was ich meine für ein Video. Wundert euch nicht, aber... Ich feiere es irgendwie. Ich könnte den Soundtrack wenigstens noch ein bisschen genießen. Hä? Achso, hier sind Kisten. Sehr schön. Ja, Sonic Adventure 2, da kommt so schnell nichts ran. Das ist was ganz Besonderes. Manche werden hinterher dies erst später sehen. Also, wer von euch noch nie Sonic Adventure 2 gesehen hat und sich jetzt anschaut, da wird sich auch denken, was labert der? Oh, nein! Oh, ich dachte schon, der macht mir hier alles platt. Da werdet ihr euch auch beklagen über die Grafik, weil das halt noch von der Dreamcast-Ära ist. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe Sonic Adventure 2 Battle Let's Played. Ich hätte leider nur mal ganz von Anfang an. Sonic Adventure 2 erschienen für das Sega Dreamcast. Und da das Dreamcast ja erstens mal schon vor dem Ende stand, hat sich das Spiel nicht mehr viel verkauft. Es wurde geportet, wirklich, eigentlich nur geportet, auf den Nintendo Gamecube zum... Voll daneben. Zum Gamecube Launch. Oder in Europa war es im Launch. Ich glaube, in Japan nicht. Japan hat ja noch drei Spiele zum Gamecube Launch gehabt. Es war ein Remake. Gut, es gab ein, zwei mehr Sachen. Zum Beispiel den Multiplayer-Modus. Auch mit Charakteren aus Sonic Adventure 1. Und, ja. Wirklich, eines der bestverkaufte sind Gamecube-Spiele, in der Tat. Ich hätte mir das geben sollen. Ach, das ist schon der öffentliche Blattmann. Nee? Das ist ziemlich nice. Ähm, wie hier der Laster einen ständig nervt. Gibt's hier nirgends da was? Nee. Ich mach lieber die Biege. Da weißt eh alles ein. Ja, und später wurde deswegen auch Sonic Adventure 1 nochmal nachgereicht. Sonst hätten sie wahrscheinlich auch andersrum gemacht. Mit Sonic Adventure DX. Also, Unterschied zwischen Sonic Adventure und Sonic Adventure 2. Ach, der Unterschied zwischen Sonic Adventure 2 und Sonic Adventure 2 Battle. Für Dreamcast und Gamecube. Es gibt mehr Sprites, also andere Sprites, teils verbessert. Und im Multiplayer-Modus etc. pp. Und, ja, das wurde dann auch nochmal auf Xbox 360 und, ich glaub, Playstation 3 geportet. Diese HD-Version, die ihr online runterladen könnt für Xbox 360 und PS3. Das ist, nennt sich auch Sonic Adventure 2, ist schön in HD gerendert. Allerdings, Emerald Hillsong ist das Sonic 2. Allerdings steht da zwar Sonic Adventure 2, aber es ist Sonic Adventure 2 Battle. Ihr könnt im Battle-Modus den Zusatz quasi dazukaufen als DLC. Würde ich euch nicht raten. Aber trotzdem kann man das. So, jetzt mit dem Modernen. Sogar in den Credits steht da noch Sonic Adventure 2 Battle. Oder auch bei Sonic Adventure in HD. Für Xbox 360 steht auch in den Credits Sonic Adventure 2 Battle. Wie geil. Yeah. Meine Herren. Wie gesagt, das kann ich im Original im Schlaf. Okay, so trifft man auch hier. Kann man schon supergeile Sachen machen hier. BAM! Das haut ab. Wenn man sich hier auskennt. So ein paar Stricken zu geben. Nice one. Hahaha. Da geht mir das Herz auf. Ich glaub, ihr merkt das. Oh, da hat man ganz kurz ein bisschen durch die Häuser geschauen können. Das sollte nicht so sein. Mittlerer Orgasmus. Ähm. Ja. Das ist auch diese Passage. Hm, schon wieder? Nee, jetzt nicht. Ja, ein bisschen. Clipping-Fehler. Das sieht aus. Level-Aufbau noch wie aus dem Original. Aber jetzt schon wieder anders. Die Fire-Smart. Ich kenn's ja schon. Ich hab's ja schon mal gespielt. 2011. Aber vor allen Dingen. Die Quali damals war... Erstmal hab ich auf einem winzigen Bildschirm gespielt. Auf dem alten Let's Play von 2011. Nur damit ihr so ein bisschen bessere Quali habt. Die, finde ich, mit heute ja... Krottig ist. Und jetzt spiele ich das Ganze auf Vollbild. Richtig schön geil und flüssig. So, wie ihr es seht eigentlich. Und das vielleicht mit, ehrlich gesagt. Ein Extra-Leben. So ein bisschen im Park. Ich finde es schön. Der Park war ein schöner Kontrast in City Escape. Und da wird in Generations ein bisschen mehr beleuchtet. Also, ich hab Sonic Adventure 2 Let's Play. Sowohl die Gamecube-Version als auch die Xbox-Version. Die sieht auch noch besser aus. Absolut sehenswert. Checkt's einfach mal aus. Ich würd's am liebsten halt doch mal let's playen, wenn ich sowas sehe. Aber... Macht keinen Sinn. Es warten noch so viele Spiele drauf, gezockt zu werden. Und das Let's Play dazu ist absolut... Genial! Äh, das Spiel ist genial. Das Let's Play müsst ihr entscheiden, ob das was taugt. Das alte Sonic Adventure 2 Battle-Let's Play taugt nichts mehr. Da hab ich ein paar Fehler gemacht, technisch. Hab ich damals schon kritisiert. Ist auch vergleichsweise kurz, ist mir aufgefallen. Ich dachte, das kommt mir so vor. Weil ich längere Parts gemacht hätte. Bei Sonic Adventure 2 Battle im Vergleich zu Sonic Adventure DX. Aber... Der zweite Teil ist einfach kürzer als der erste. Das liegt halt auch daran, dass man in Sonic Adventure 1... Ähm... Hat man gespielt. Mit 6 Charakteren. Konnte noch mit Battle Sonic spielen. Super Sonic hat eine Story gehabt. Und Sonic Adventure 2... Halt nur Team Hero, Team Dark und eine Final Story. Jetzt guckt euch mal den Psycho-LKW an. Ich wusste natürlich, dass der kommt. Der hat ein paar Gadgets, der rastet total aus. Und als ich das Blind Let's Play hab, ein unvergessener Moment. Als ich gesagt hab, er ist alt, der macht nichts Neues. Und dann... Er macht was Neues! Guckt aber, der rastet voll aus. Der macht durch die Gebäude durch. Das ist doch ein bisschen Extremo. Und mit irgendwelchen Kreissägen... ...rückt er uns hier auf die Pelle. Der war damals in Sonic Adventure 2 schon sehenswert. Hältes Gimmick. Und er packt hier nochmal einiges aus. Da ist mir das Herz wirklich stecken geblieben. Jetzt hier Men in Black Style. Ist doch wirklich übertrieben geil. Nein! Und hängen geblieben. Warum ist er an dem Hochhaus hängen geblieben und das Haus zuvor da abgerissen? Naja. War vielleicht ein bisschen baufälliger. Wow! 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 Vielleicht sogar die beste Zone in Sonic Generations. Weil... Rang S gibt's nochmal obendrauf. Unfassbar. Meine Güte! Und wir bekommen auch einen Charakter aus Sonic Adventure 2 und Sonic Adventure 2 Battle. Jetzt werden wir ihn befreien. Es ist Rouge! Danke, blauer Freund. Also gestohlen bin ich auch noch nie worden. Was hat die denn für eine Stimme? Es haben schon viele kritisiert. Jetzt habe ich mal gemerkt, was sie gemeint haben. Wer könnte uns hierher gebracht haben und warum? Sehr philosophisch. Ich frage mich, warum man hier Cream befreit. Aber irgendwo muss sie ja befreit werden. Die passt ja halt eher zu den Sonic Advance Spielen. Und hat in Sonic Adventure DX wirklich nur einen ganz kleinen Auftritt. Auf dem Dreamcast war sie noch nicht mal dabei. Aber Rouge ist natürlich ein wichtiger Charakter in Sonic Adventure 2 und 2 Battle. Später auch in Sonic Heroes in 2006. Aber sonst wenig. Sonic Battle und so. Ja. Aber naja. Passt also gut hierhin. Im nächsten Part kommen wir zu einem Level, der Sonic Heroes entspringt. Seid auf jeden Fall wieder dabei. Ich freue mich. Und es wird wieder episch. Also wieder einschalten. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao! Ciao!